so leute willkommen bei einer neuen folge der clash of clans und ja wir sind hier nicht ja also wir sind hier nicht alleine wir haben hier zwei typen einmal den daniel kannst du sagen jemand aufnahme er sagt hallo einfach nur und ja wir haben noch dazu noch ein den ich nicht kenne ich kann auch junge sagen ganz einfach das geht ja gar nicht sei leise sei leise Sei leise, Mädchen! Sei leise, Transe! Weißt du, was Transe ist? Weißt du überhaupt, was Transe heißt? So richtig hart! So richtig hart von hinten rein! Was hat der Kinder? Sei du mal leise! Mit meiner eigenen Mine! Die in den Arsch gesteckt wird! Junge! Junge! Nö, 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 du bist fies! Nö, du bist ein kleiner Hacker! Nö, du bist ein Hacker! Nö, du bist Hacker! Bestimmt, was spielt ihr gerade? Willst du mich gerade veräppeln? Willst du mich mal veräppeln? Ja, das willst du! So schlecht einfach nur! So Leute, das, wie ihr es hört, der kleine Zwerg da im Hintergrund, der ist bisschen... Mö, 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 mö! Wollt ihr irgendwas noch zu Youtube eigentlich sagen, ihr beiden? Wollt ihr irgendwas zu Youtube sagen? Äh, ja, hallo! Tschüss! Alle machen mich viele färzen! Oh mein Gott! Ich bin so jung wie über 3! Also Leute, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, bei einer Aufnahme mit mir, dann... Also mein Skeptname wird in der Beschreibung stehen und dann addet mich einfach, dann könnt ihr sehen, ihr müsst auch dasselbe Spiel haben. Ähm, und dann, ja, will der Ball vielleicht sein. Tobi! Aber ich muss es auslosen, Leute! Tobi! Ja? Hol dir mal das Spiel auf Steam pro Halla! Habe ich doch schon zum letzten Mal! Echt, du zum letzten Mal? Ich hab's wahrscheinlich letztes Mal gesagt, ne, und er verkapiert's immer noch nicht. Du hast es aber doch nur einmal gesagt! Äh, starte mal das Spiel, Tobi! Nee, ich bin grad auf einer anderen Aufnahme, deswegen! Nee, du startest jetzt das Spiel! Habe ich denn, die Schnutze! Du hackst! Ja, ich hack, ja, weißt du, ich hack. Ich weiß, du hackst ja auch. Warte, es geht noch lauter, warte, es geht noch lauter, warte. Jetzt noch mal, warte, es geht noch lauter! Ich will auch lauter, warte, es geht noch mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Kackehaufen! 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 Kaus, kauf, kauf... Kaus, kauf. Dass man... Gefangen, jetzt kommen wir an, was... Bällchen, Meffertrand, hierhin. ince, kauf. Scheiße, jetzt geht's mir nicht mehr gut. Junge, 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 ey langsam wird das ehrlich traurig. Ey, kennt ihr beide geometridisch? Ich hab wenigstens Freunde, Gegner zu dir. Ich hab mehr Freunde als du, ich hab 20.000 und du? Null? Achso, wusste ich ja nicht. 20.001. Oh, so wenig? Glückwunsch. Hey, ich hab wenigstens einen Freund, mehr als du. Ich habe 20 Milliarden. Du hast 20.000 gesagt, scheiß Blütener. Nein, nein. Doch. Junge. Junge, halt doch deine Schnauze. Ich hab keine Schnauze. Deine Schweinefresse. Du hast keinen Wunsch, du schwuler Hund, dein Arsch ist bunt. Mit Krabunnen. Danke, mein Arsch ist wenigstens bunt gegenseit zu dein. Was hast du? Ich hab schöner einen Arsch als du. Ja, ich hab mir lehgetan. Nur weil ich schöner aussiehe als du, kein Wunder. Ich bin ein Wolf und verliere gegen Bogenschütze, was ist das? Du bist schlecht. Das ist aber schlecht. Ich bin das Schnauze. Also Leute, wenn ihr jetzt hört, das ist ein Lappen ohne Skill. Scheiße. Der ist hier grad redet, ne, da im Hintergrund. Das ist ein Lappen ohne Skill. Und der ganze Zeit rummeckert. Ist das so aus, dass du getroffen wurdest? In Daniel? Ja. Ist er ein Lappen mit Skill oder ohne Skill? Kommst du zu Brachala? Junge! Du mit der Chance Brachala, Alter. Ich will dich aufregen. Ich will auch. Komm, wir Brachala jetzt endlich. Habt ihr das, nur zu jetzt! Komm jetzt, Brachala. Halt her, schnötze jetzt! Hol dir jetzt Brachala, meine Frau Putz! Habt ich schon, du, keine Arschlach? Gegensatz zu dir, habe ich schon alle Spiele aus Demon Gang, sagst du, ja. Hallo? Oh, Leute. Warte mal. Wartet mal, wartet mal. Warte mal, Leute. Ich muss einmal kurz was machen. Wir sehen uns dann noch einen kurzen Cut wieder. Leute, das geht anscheinend nicht. So, da machen wir das auf. Und jetzt weiter und die. Und ja, wir sagen uns dann, das heißt, das nächste Mal, eine neue Folge von Test of Clans. Und ich hoffe, es wird gefallen. Ah ja, und wenn ihr euch im Klang betreten wollt, wie ist der nochmal? Ghost Krieger. Wir sind gerade zehn Mitglieder. Wir machen gerade auch schon Clan Kriege, hier schon mit vor, mitzubekommen. Gegen PK. Okay, 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 fände ich hier Steam. Alles klar. Aber okay, das ist ein starkes Team. Wir haben auch starke Leute. Mx ist draußen, ein Ghost. Also, wir achten auf heute. Was? Blondie. Ach du, heilige Scheiße. Blondie war auch drin. So, Leute. Und wenn ihr unserem Klang beitreten wollt, ihr könnt immer beitreten. Ghost Krieger. Nicht offen, warte mal. Ihr braucht 1500 Trophäen. Okay, Leute. Nein, nein. Mann, wir doch 1000. Ab 1000 dürft ihr gerne mitmachen. Weil ich auch noch nicht mal über 1000 bin. In der Zeit. Ich egal, egal, egal. Aber sind fast alle über 1000. Also, hier bis Uzi sind alle noch unter 1000. Und sonst auch nicht mehr. Ach nee, ich bin Kollege, Leute. Ich bin für euch ein Kollege. Dann mache ich für euch nur 600. Ab 600 darf ich also. Jetzt, ab sofort. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Und ja. Das war der Tobi. Bei Brickor. Äh, bei Brickor. Bei Brickor. Bei Brickor. Bei Brickor. Bei Brickor. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Bye. So Leute, da sind wir wieder. Und ja. Für diese Folge vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bitte abonnieren. Und Kommentare lassen. Bye. Ich trinke, muss mich halten. Muss ich jetzt nach vorne sehen. Nehm ich um und möchte fliehen. Kälte Koffeln, wieder tot. Ich richte meinen Blick in den Himmel. Und der Regen sagt sich, oh. Nun wegen die Gefahr. Lass keine Freize tun. Ich weiß, er kann es sein. Egal, was ich auch tue. Schreib die Dämonen auf. Ich leg die letzte Hand. Schrei, es geht alles raus. Was ich war so klar. Ich muss flaschen, ich muss weizen. Meinem Team den Weg bereiten. Oh, wo hat jeder für sich? Der freitest Fahrrad, ich wollte mich. Ich wollte mal die Hände so gemeint. Ich bin nicht froh, mit meiner Leid. Kein Witzler, noch einer, die hält. Ich schläft nicht weit. Der hat mich nie gewohnt. Denkst du, wenn die Flammen toben? Merkt kein Mensch, wen du verrätst. Dachtest du, ich bleib am Boden, wenn du über Leiden gehst? Hab gedacht, ich hab verloren. Wer verloren, verliebe sich. Doch kann ich meine Stimme wiederrufen. Und verreden mich. Oh, gegen die Gefahr. Lass neue Taktik sein. Ich sag nicht länger, ja. Mein neues Jahr ist nein. Mit Blut in meinem Herd. Steck ich die Welt im Brand. Kein keine Regeln mehr. Ich schaff die Dämonen. Ich muss flaschen, ich muss weizen. In meinem Team den Weg bereiten. Oh, wo muss jeder von sich verfreit? Es war ein Freund von mir. Ich wollte bei mir ein Zuge sein. Jetzt bin ich froh, mit meiner Leid. Kein Witzler, noch einer, die hält. Ich schläft nicht weit. Der hat mich nie gewohnt. Ich schaff die Dämonen. Ich schaff die Dämonen. Ich hab gedacht, es geht allein. Ich hab gedacht, ich tue für sie. Doch ich will nur die Anerkennung. Ich muss flaschen, ich muss weizen. In meinem Team den Weg bereiten. In meinem Team den Weg bereiten. Ich schaff die Dämonen. 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 Ich schaff die Dämonen.